Willkommen zurück bei Mirachemich. Es liegt vor euch am Mikrofon. Das Ganze ist wirklich ein Thema, was mir sehr schwerfällt. Es ist auch ein spontaner Live-Mitschnitt. Ich habe gerade Mittagspause, möchte euch aber davon berichten. Deswegen hoffe ich, dass ihr mir für Zeit, wenn ich hier und dort mal vielleicht kurz in Stolpern komme. Boris Yellow Pfeiffer, ein langjähriges Mitglied von InExtremo, ist verstorben. Wir konnten auf Instagram und Facebook folgenden Post der Band finden. Bestürzt und mit Bedauern haben wir vom Tod unseres langjährigen Weggefährten Boris erfahren. 24 Jahre gemeinsam auf der Bühne waren mehr als nur ein Moment. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Wir hoffen, dass es dir gut geht. Dort, wo du jetzt bist. InExtremo, ein Post, der vor 19 Stunden veröffentlicht wurde. Mir ist das total bitter aufgestoßen. Mein erster Gedanke war, meine Güte, der ist doch erst im Mai ausgetreten aus der Band. Jetzt ist er verstorben. Was ist denn da passiert? Hat er irgendeine Vorerkrankung, Depression? Die Band hatte das damals folgendermaßen kommentiert. Nach über 26 Jahren Bandgeschichte müssen wir euch leider mitteilen, dass wir vorerst mit nur noch sechs Mitgliedern durch die Lande ziehen werden. Boris Jellup Pfeiffer hat sich dazu entschlossen, andere Wege zu gehen und wird ab sofort nicht mehr Teil der Band sein. Die Band hat auch weiter geschrieben, bislang konnten wir immer einen Weg finden, der für uns alle gepasst hat und gestimmt hat. Und diesmal ist es nun mal anders. Deswegen musste Boris Jellup Pfeiffer gehen. Heute haben wir weitere Informationen zu seinem Tod bekommen und es ist wirklich tragisch. Bei dem Mann, der am Rande einer Demonstration gegen die Corona-Politik im brandenburgischen Wandlitz zusammengebrochen und später im Krankenhaus verstorben war, handelte es sich nach Informationen der deutschen Presseagentur um den Musiker Boris Pfeiffer. Der 53-Jährige war langjähriges Mitglied der Mittelalter-Rockband in Extremo. Der 53-Jährige hatte nach Angaben der Polizei am Montagabend bei einer Demonstration eine Polizeikette durchbrechen wollen. Polizisten stoppten ihn und stellten seine Personalien fest. Danach habe er seinen Weg fortsetzen können, kurz darauf seinen Mann auf dem Weg zu seinem Auto zusammengebrochen, sagte eine Polizeisprecherin. Er starb wenig später im Krankenhaus. Die Polizei wollte sich unter Hinweis auf Datenschutz und mit Rücksicht auf die Familie des Verstorbenen am Mittwoch nicht zur Identität des Mannes äußern. Soweit der Bericht auf ntv.de. Bei RBB24 können wir noch weitere Informationen entnehmen. Weil die näheren Todesumstände unklar waren, hatte die Staatsanwaltschaft Frankfurt-Oder ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet und die Obduktion der Leiche veranlasst. Das heißt, es gibt offensichtlich noch keine offizielle Todesursache. Nach dem Tod des 53-Jährigen zeigte sich auch der Bürgermeister des Ortes bestürzt, Oliver Borchert. Schätze die Demonstration als friedlich ein. Er hoffe, dass aber in Zukunft solche Demonstrationen angemeldet werden. Ja, da muss schon irgendwas passiert sein, dass ein 53-Jähriger einfach so zusammenbricht und stirbt. Es kursierte auch ein Video in den sozialen Medien, darüber wird hier auch geschrieben. Auf den sozialen Netzwerken sorgte der Vorfall für Aufregung, weil die rechtsextreme Splitterpartei Freie Sachsen, kenne ich nicht, ein Video unter anderem auf Telegram veröffentlichte. Das Filmmaterial sollte zeigen, wie der 53-Jährige von einem Polizisten zu Boden geschubst wurde, als in Wandlitz eine Polizeikette durchbrach. Vorwürfe der Polizeigewalt wurden erhoben. Die Polizei dementierte das jedoch. Ja, die hat gesagt, die hat jetzt nicht gesagt, das Video ist gefälscht, aber die hat Folgendes auf Twitter gepostet. Das in den sozialen Medien kursierende Video zeigt einen Ausschnitt aus einer Demo am 24.01. in Bernau. Es hat keinen Bezug zur gestrigen Versammlung in Wandlitz und steht in keinem Zusammenhang mit dem Todesermittlungsverfahren eines 53-Jährigen Mannes, wo wir inzwischen wissen, der 53-Jährige Mann ist Boris Pfeiffer. Puh, ich finde das ziemlich hart. Wir wissen noch nicht, weswegen er gestorben ist, ob er sich eine Verletzung bei dieser Aktion geholt hat, ob er eine Vorerkrankung hatte, ich weiß es nicht. Und ich will jetzt auch nicht spekulieren. Ich habe mir das Video angeguckt, ich habe es im Internet gesucht und es ist tatsächlich nicht Boris Pfeiffer, der dort zu sehen ist. Ihr könnt das Video googeln, aber ich werde hier auf dem Kanal keine Videos veröffentlichen, wo ein Mensch gegen einen anderen Menschen Verzeihung, Gewalt ausübt. Ihr könnt es gerne googeln, aber ihr werdet erkennen, die Person, die dort zu Boden geschubst wird, doch ziemlich krass und brutal, das muss man tatsächlich sagen, ist nicht Boris Yellow Pfeiffer. Zumindest nicht in meinen Augen. Freunde, soweit die wirklich tragische und traurige Information. Ich fühle mich wirklich betroffen. Ich bin ein großer Fan dieser Band und ich fand Boris Yellow Pfeiffer, das war auch ein Mensch, der hatte unglaublich Charisma gehabt. Der hatte eine wirklich unglaubliche Ausstrahlung. Auch dass ich meine Frisur so trage, wie ich sie trage, das ist jetzt auch kein Spruch oder so. Das war von ihm inspiriert. Also es ist eine Band, die mir sehr nahe geht. Und deswegen ist auch diese tragische Geschichte etwas, was mich wirklich betrifft. Auch meine Gedanken gehen zur Familie und ich hoffe denen wirklich alles Gute, viel Kraft, viel Segen, dass sie gut durch diese wirklich schwerwiegende Zeit kommen. Selbstverständlich euch auch alles Gute. Bleibt erhalten, bleibt gesund und wir sehen uns bald. Euer Vic von Metachemie.